Hallo, mein Name ist Josefine Paul und ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende und komme aus der Fahrradstadt Münster und Sport und Bewegungspolitik sind auch wichtige Schwerpunkte meiner politischen Arbeit und außerdem bin ich die Frauen- und queerpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion. Die Grünen setzen sich ein für die Gleichberechtigung der Geschlechter und für gleiche Rechte für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intermenschen. Das hat mich einfach überzeugt. Frauen sind der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb brauchen wir auch in den Parlamenten mehr Frauen. Außerdem setze ich mich ein für eine Familienpolitik, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch und gerade für Frauen lebbar macht und ihnen eine eigenständige Existenzsicherung ermöglicht. Wenn es zeitlich passt, kicke ich gerne beim Frauen- und Lesbensportverein Weiberkram hier in Düsseldorf und als Zuschauerin gehe ich immer wieder gerne zum USC Münster und seinen erfolgreichen Volleyballerinnen. Regenbogenfamilien haben endlich die gleichen Rechte. Behinderte und nichtbehinderte Menschen spielen in einer Lieder zusammen Fußball und alle Menschen, die dauerhaft in NRW leben, egal ob mit oder ohne deutschen Pass dürfen den Landtag wählen. Denn es ist normal, verschieden zu sein.